So Leute, da sind wir beim nächsten Deck Deck und wir haben ein Ursas Saga Deck und wir haben ein cooles Ursas Saga Deck und zwar haben wir Painter Servant. Monorot Painter Servant, ich werde euch irgendwann vielleicht noch eine weiße und eine blaue Version zeigen, aber aktuell geht es um die monorote Standard Version von Painter Servant. Was cool ist, es wurde früher auch mal Shortcake, wenn es mit weiß gemischt wurde genannt und irgendwann hieß es dann mal Imperial Painter und das kommt daher, dass wir Imperial Recruiter spielen. Hat jetzt neulich ein Reprint bekommen in Modern Horizons 2, seitdem ist der auch einigermaßen bezahlbar. Das ist ein dreimal 1 1er, der wenn er sagt, wenn er ins Spielfeld kommt, durchsuche unser Deck nach einer Kreatur mit Power 2 oder weniger und nehme die auf die Hand. Spoiler, das sind alle unsere Kreaturen. Dementsprechend sehr, sehr cool. Dann haben wir ein One-Off drin, einfach nur damit wir ihn mit dem Imperial Recruiter auch toren können. Wenn wir ihn unbedingt brauchen, ist ein Magus of the Moon, macht man selten. Gegen manche Decks, wie zum Beispiel Bug Delver und ähnliches oder auch Maverick oder all sowas in dieser Richtung. Funktioniert das ganz gut, dann holt man sich den mal, aber ansonsten nimmt man den Magus of the Moon relativ selten. Der macht halt alle Non-Basics zu Mountains. Was man sich genauso selten holt, ist einer der beiden Siamen Spirit Guides. 3 Mana 2, 2. Man kann aus der Hand removen, um ein rotes Mana zu bekommen. Ist ein Fast Mana. Wir spielen auch, Spoiler, Lotus Paddle hier drin. Ist ein 2-2-Split, einfach nur, weil man manchmal einfach nicht weiß, was cooler ist. Ob man den halt instant runterspielen muss durch Trainingssphären und ähnliches oder ob man ein Atefakt haben möchte, was man immer wieder recurren kann. Denn wir spielen, da wir ja rot spielen, spielen wir auch eine meiner Lieblingskreaturen mittlerweile geworden. Der Goblin Welder. Ein rotes Mana 1-1 tappen. Wir suchen uns ein Atefakt, was ein Spieler kontrolliert aus. Und ein Atefakt in diesem Spieler, in einem Friedhof. Und dann tauschen wir die beiden. Also das vom Feld wird geopfert und das ist ein Friedhof für das Spiel gebracht. Ist ganz cool. Damit können wir auch ein paar Tricks machen. Und damit kriegen wir auch zum Beispiel Nile Rod los. Wenn der Jätener noch so irgendwie ein anderes Atefakt im Friedhof hat, kann man damit auch Nile Rod wegtauschen. Das ist wichtig. Dann haben wir, weil vier Goblin Welder nicht reichen, haben wir nochmal vier Goblin Welder, äh, Goblin Engineers. 2 Mana 1-2, wenn der Spiel wegkommt, durchsuchen wir uns direkt einen Atefakt. Und legen es in den Friedhof. Danach können wir für ein rotes Nadefakt opfern. Und können dann Nadefakt Mana Kosten drei oder weniger aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Ist im Endeffekt das Ähnliche wie der Goblin Welder. Ähm, ist halt damit dann einfach nur gedacht, dass man hier auch was tutoren kann, um was in den Friedhof zu legen. Kommt aus Modern Horizons 1, glaube ich. Und ist die modern Version davon. Man spielt einfach alle acht, weil 8 Goblins, nice Goblins. Dann die letzte Kreatur, die wir spielen. Einfach nur, weil es die namensgebende Karte ist. 4 Painter Servant, danke für die Leihgabe. Es sind zwei Mana 1-3er, der sagt, wenn ihr ins Spielfeld kommt, suchen wir uns eine Farbe aus. Alle Karten im Spiel, alle Spells und alle Permanenten sind zusätzlich diese Farbe. Das heißt, wenn wir sagen, alles ist blau, dann ist alles blau. Egal ob in der Hand, im Deck oder ähnliches. Unsere hohen Optionen damit ist ganz einfach, wir spielen zwei Grindstones. Grindstone, ein Mana-Atefakt, drei Mana-Tappen, die ein Spieler unserer Wahl legt die obersten zwei Karten seines Decks auf dem Friedhof. Und wenn diese beiden Karten dieselbe Farbe haben, dann machen wir das nochmal. Das kann gegen blaue Decks halt dazu führen, dass er mal so vier bis sechs Karten millt. Ist ganz nett. Wenn wir jetzt einen Painter Servant draußen haben und sagen, alles ist blau, dann muss er das wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen, bis er kein Deck mehr hat. Das ist eine Win-Option. Das ist eine gute Win-Option. Davon spielen wir zwei. Dann haben wir noch eine Menge One-Offs, die wir zum Beispiel dem Goblin-Engineer suchen können. Und wir haben eine Ensnaring-Bridge. Bridge, nicht Bitch, Bridge. Drei Mana-Artefakt, Kreaturen mit Stärke größer gleich der Handzahlkarten, die wir haben, können nicht mehr angreifen. Normalerweise sind wir sehr schnell unsere Hand los. Dementsprechend kann uns der Gegner dann nicht angreifen. Und wenn er sie zerstört, können wir sie halt mit dem Engineer oder mit dem Welder wieder ins Spiel holen, was ganz nett ist. Ähnliches Prinzip mit der Trainingssphäre ist ein Drei-Man-Artefakt, das sagt, solange die enttappt ist, muss man für alles drei bezahlen. Das geht wie folgt. Ihr fragt euch am Ende des Spells, kurz bevor der Resolve, hast du drei Mana bezahlt? Und wenn du dann sagst, nein, ich habe eine Handkarte abgeworfen, dann sagst du, die Trainingssphäre, dann zahl doch drei Mana. Oder wenn du sagst, ich habe nur einen Mana bezahlt, dann sagt die Trainingssphäre, dann zahl doch drei Mana. Das ist ganz nett. Dann haben wir noch einen Smuggler-Scopter. Der will nicht draufbleiben. Nein. Anders bleibt der nicht auf dem Ständer hängen. Smuggler-Scopter ist ein 200-3-3er-Flieger. Auto ist ein Vehikel. Und er sagt, immer wenn er angreift oder blockt, können wir eine Karte ziehen, wenn wir das tun müssen und eine Karte abwerfen. Und er hat Crew 1. Ist ganz cool, man kann ihn halt in der ersten Runde spielen. In der zweiten Runde ist ein Goblin-Engineer, kann den Copter-Groon, kann angreifen, kann sich was in den Friedhof werfen und mit dem Engineer dann erst den Friedhof wiederholen. Oder mit dem Welder oder mit dem Imperial oder sonst wo. Ja. Wie schon angekündigt, haben wir noch zwei Lotus-Petal. Null-Mana-Artefakt-Opfern. Mana, die wir auf Farbe bekommen. Ist einfach nur als Ramp gedacht. Genau wie der Siemens Spirit-Guide. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Soul-Guide-Lantern. Das liegt dran, dass wir mit dem Grindstone eine Karte haben, die eins kostet, um sie aus dem Deck zu suchen. Und das bedeutet, wir spielen Ursarsaga. Ich habe ja schon gesagt, wir spielen Ursarsaga-Deck. Dementsprechend no surprise hier. Soul-Guide-Lantern. Gut gegen Uro, gut gegen andere komische Friedhof-Decks. Und ja, wenn das Spielwerk kommt, exilieren wir eine Karte aus dem Friedhof. Wir können sie tappen, opfern, um gegen Gegner in Friedhof zu exilen. Oder wir können sie für einen meiner tappen, opfern, um eine Karte zu ziehen. Ist auch eine Card-Draw-Engine mit ein paar Artefakten im Feld und den Engineers, was sehr, sehr gut ist. So, kommen wir mal von Kreaturen-Artefakten zu Planeswalkern. Da spielen wir dreimal den Artefakt-Planeswalker. Karn-The-Great Creator. Vier Mana, fünf Marken, aktivierte Fähigkeiten, Delay-Tner kontrolliert. Von Artefakten können nicht aktiviert werden. Ist gut so bei Mirror. Plus eins, bis zu eurem nächsten Zug wird eine Nicht-Kreaturen-Artefakt zu einer Kreatur mit Stärke und Widerstandskraft gleich der ungewanderten Mana kosten. Was sehr, sehr cool ist, weil damit könnt ihr halt auch mit der, ja, Smuggler-Copter so angreifen, Trainingssphäre, Ansting-Bridge-33 machen und zuhauen vielleicht. Ist ganz cool. Und ja, dann habt ihr Minus zwei. Ihr sucht euch ein Artefakt, die ihr kontrolliert outside the game oder die Karte, die exilt wurde. Und nehmt die auf die Hand. Meistens ist das hier dann das Sideboard. Da kommen wir dann gleich zu. Und da ist auch einiges drin, unter anderem halt zum Beispiel ein Grindstone. Damit ist er halt auch Combo-Piece-Finder, was schon ziemlich gut ist. Dann kommen wir zu etwas, wofür dieses Deck auch bekannt ist. Wir spielen vier Pyroblasts. Für einen Rotos Mana countern wir ein Spell, wenn er blau ist, sozusagen permanent ist, wenn es blau ist. Klar, Winter-7, wir sagen, alles ist blau und danach können wir auch Länder zerstören, wir können Artefakte zerstören, wir können alles zerstören. Das ist der Wahnsinn. Dieses Teil macht einfach alles platt, weil alles ist blau. Alles ist blau. Super. Und weil man nicht genug davon haben kann, spielen wir noch zwei Red Elemental Blasts. Auch hier zerstören wir ein blaues Permanentes oder counter einen blauen Spell. Und dann haben wir noch drei Lightning Bolts, weil wir in einem sehr schnellen Meter mittlerweile unterwegs sind. Unsere Devour of Secrets oder so einen Dragon Rage Channeler können uns ganz, ganz schnell raushauen. Deswegen brauchen wir so einen Lightning Bolt. Man kann auch mehr von den Red Elemental Blasts spielen, aber bei mir ist es, glaubt mir, es ist besser, den Lightning Bolt zu spielen. Ja. So viel zu den Nicht-Kreaturen-Spells, die keine Planeswalker sind. Und keine Artefakte. Und dann kommen wir mal zu den Ländern. Wie gesagt, wir spielen vier Ursas-Sagas. Ist ein Land, Enchantment. Wenn es ins Spielfeld kommt oder nachdem wir eine Karte gezogen, also in der Draw-Step eine Karte gezogen haben, da kommt dann eine Marke drauf. Wir haben auf der einen Seite Tappen für ein Farbloses. Das ist die erste Saga. Sobald ein zweiter Counter drauf ist, hat das Land Tappen für zwei Mana. Wir kreieren einen Null-Null-Konstark. Und dieses Null-Null-Konstark bekommt Stärke und Widerstandskraft plus eins, plus eins für jedes Artefakt, was wir kontrollieren. Und drei, wir können das Ding opfern. Und das wird geopfert. Und können dann unser Deck in einem Artefakt durchsuchen. Mana kosten von null oder eins. Wichtig, es muss null oder eins sein. Es darf nicht x sein oder so. Ja. Das ist ganz nett. Dann spielen wir noch ein bisschen Fast-Mana. Wie immer bei solchen Decks. Wir haben vier Engine Tooms. Zwei Mana. Tappen für zwei Mana. Zwei Schaden bekommen. Was ganz nett ist. Davon kann man nicht genug spielen. Deswegen spielen wir noch zwei City of Traitors. Auch die kann man tappen für zwei Mana. Aber muss man opfern, wenn man ein weiteres Land spielt. Wichtig, wenn wir mit dem Goblin Welder ein Land aus dem Friedhof ins Spiel bringen, zählt das nicht. Das ist relevant für die nächste Karte. Und zwar die große Schmelze. Tappen für ein rotes Mana ist ein Artefaktland. Und hier können wir halt Dinge machen, wie zum Beispiel, wenn wir zwei Stück eins davon im Feld haben, eins davon im Friedhof haben. Können wir das tappen. Können das mit dem Welder welden. Und dann können wir es wieder tappen. Ist ganz nett. Um Mana zu rampen und so. Ist ganz cool. Und dann spielen wir noch eine Menge Mountains. Und zwar Snow-Covered, Non-Snow-Covered, Snow-Covered, Non-Snow-Covered, Non-Snow-Covered, Snow-Covered, Non-Snow-Covered. Ich bin jemand, ich habe schon oft gegen Predict gespielt. Und mir ist Predict wichtiger als vieles andere, dass ich dagegen ein bisschen gesaved bin. Und deshalb mache ich, sobald ich mehr als vier Länder habe, mache ich diesen Split rein. Weil irgendwer packt immer Predict aus. Das ist wie Stifle. Das ist nicht tot zu bekommen. Das ist doch grausam. Ja. Egal. Kommen wir mal zum Sideboard. Und da starten wir als allererstes mit dem Kahn-Board. Wir haben einmal null Mana Artefakt, das wir tappen können, opfern können, um alle Free-Karten aus einem Friedhof unserer Wahl zu exilen. Ist im Endeffekt ein Kahn-Target. Genau wie alles andere, was jetzt kommt. Thomas Crypt. Sehr gute Karte. Dann haben wir ein Liquid Metal Coding. Zwei haben wir ein Artefakt. Tappen. Ein permanentes Wirt zu einem Artefakt zusätzlich. Damit können wir zum Beispiel Länder ausschalten oder anfangen, Länder zu zerstören oder auch Planeswalker zu targeten in der Draw-Step oder in der Upkeep. Dann kann er sie in seinem Zug nicht benutzen, weil sie sind Artefakte und wir haben Kahn draußen, der sagt, Artefakte können nicht benutzt werden. Dann haben wir noch ein Grindstone. Einfach als Target für den Combo-Kill. Dann haben wir noch eine Pithynidle. Die können wir auch reinboarden. Und die sagt halt, wenn sie ins Spiel wegkommt, sagen wir eine Karte an. Aktivierte Fähigkeiten, die keine Mana Abilities sind, können nicht aktiviert werden. Ist halt auch ganz nett gegen Planeswalker und andere aktivierte Fähigkeiten. Dann haben wir noch eine Ancing Bridge, falls wir uns verstecken müssen. Auch die haben wir im Mainboard einmal. Das heißt, wir können sie aus dem Mainboard und aus dem Sideboard Tutoren, was sehr, sehr stark ist. Dann haben wir zwei Topo-Ops. Davon bohrt man meistens einen rein. Man kann aber auch beide reinbohren. Und das sind zweimal ein Artefakt, was sagt, Kreaturen, die ins Spielfeld kommen, lösen keinen Trigger mehr aus. Das kann wehtun. Das kann wehtun, wenn wir halt sowas wie den Recruiter spielen. Einfach weil, ja, ein Recruiter, man hat halt einen ETB. Wir haben den Goblin Engineer, der halt auch sagt, wenn er ins Spielfeld kommt, können wir unser Decknam-Artefakt durchsuchen. Das schaltet der halt auch ab. Aber Painter Servant schaltet er halt nicht ab. Und das ist wichtig. Und wir benutzen ihn eh nur gegen Doomsday. Und da ist der ganz gut. Und Doomsday, Doomsday, Doomsday. Dann haben wir noch ein weiteres Artefakt, das wir wahrscheinlich nicht mit Kahn rausfuhren. Dieser Slot ist meistens von einer Wurmkoll-Engine besetzt. Ich hab mal eine Kaldra Komplett reingemacht. Weil, ja, Wurmkoll-Engine ist ganz nett. Wenn man den immer wieder aus dem Friedhof holen kann, kann man hoffenweise drei Dreier erschaffen und blie, bla, blub. Und, ja, dann ist die 6-6 und Lifelink und Death-Touch ganz nett. Das hier ist ein 7-7. Eile, unzerstörbares, Trampel, Erstschlag-Artefakt. Das Kreatur, mit dem es kämpft, auch noch exielt. Muss ich mehr sagen. Und wenn der Gegner den Token kaputt macht, dann tauscht ihr mit dem Welder einfach irgendein beklacktes Land dagegen aus. Ja? Und weldet das zurück. Und dann könnt ihr wieder damit zuhauen, weil ihr kriegt wieder den Lipp. Darauf schwöre ich. Hat mir auch schon einen Sieg gebracht. Ist ein sehr, sehr cooles Ding. Dann gucken wir uns mal die Nicht-Artefakte an. Dafür haben wir jetzt zwei Surgical Extraction. Ein schwarzes Mana, was wir nie bezahlen werden können, wirklich. Oder zwei Leben. Also wir können schwarz bezahlen, aber das macht man einfach nicht. Oder eben zwei Leben. Wir suchen uns eine Karte aus dem Friedhof, außer ein Standardland aus, von einem Gegner oder von uns selber. Und exilen diese Karte. Wir suchen dann die Hand, dieses Deck und den Friedhof nach weiteren Karten mit dem Namen und exilen die auch. Und der Spieler mischt dann sein Deck. Ist halt gegen Reanimator und auch gegen andere Sachen sehr, sehr wichtig. Manchmal sogar cool gegen Kontrolle, wenn man damit einen Force of Will trifft. Würde ich aber nicht empfehlen. Dann spielen wir drei weitere Bloodmoons. Ja, sie sind sehr schlecht mit Ursas Saga, aber es gibt einfach Matchups, die alleine durch Bloodmoon gewonnen werden können. Ich hab das neulich gegen Eldrasi gehabt. Ich hab Bloodmoon geslamt und er hat aufgegeben. Das ist halt so. Warum dann nicht spielen, wenn man ihn eh schon Turn 1 spielen kann? Gibt dann wenig Gründe. Genauso haben wir jetzt auch Fury drin. Das ist eine neue Adaption. Das ist eine 5-Mana-3-3-Doppelschlag-Kreatur, die wir niemals auf dem Feld haben werden. Also nicht wirklich. Ich weiß, manchmal schon, aber nicht wirklich. Wir evoken diese Karte. Bedeutet, wir können eine rote Karte aus unserer Hand exilen und können die von der Hand ins Spielfeld bringen und danach wird sie direkt geopfert. Warum machen wir das? Wenn Fury ins Spiel kommt, fügt er 4 Schaden zu, aufgeteilt an Kreaturen und oder Planeswalker. Damit können wir zum Beispiel auch einen Gätenerschen Kahn vernichten, der uns ein bisschen auf den Sack geht. Oder was auch ganz cool ist, wenn wir damit einfach mal eine Haufenweise Kreaturen vom Gätener abschalten, die uns irgendwie am Zaubern hindern oder sonst was. Ist ganz nett. Und damit gehen wir mal in den Deck-Talk rein. Da freue ich mich am meisten drauf. Was ich an diesem Deck einfach liebe, ist diese unendliche Interaktion mit sich selber. Das ist der Wahnsinn. Painterservant, die Hauptkarte des Decks. Nicht nur können wir damit Länder zerstören, Artefakte zerstören, Verzauberungen zerstören, weil wir alles blau machen und damit Blast alles wegknallen. Nein, wir haben auch eine Win-Option mit Grindstone. Diese Interaktion ist alleine schon damals für mich so ein absoluter Brainfeld. So, what? Das geht? Ja, das geht und es ist gut. Der Imperial Recruiter, der halt wirklich alles in unserem Deck sucht, der sogar einen One-Off-Moon suchen kann und so weiter und so fort. Nur leider die Furies nicht. Es ist so gut und es macht so viel Spaß, diese Karte mitzuspielen und sein Grinsen. Manchmal gewinnt man auch einfach, indem man so Recruiter, 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 irgendwas. Magus of the Moon, Beatdown. Ja, ist noch ein Smuggler-Copter und schau dich noch mit dem Smuggler-Copter, weil der recruit ja auch einen Smuggler-Copter und so weiter und fort. Hammer. Goblin Welder und Goblin Engineer. Dass diese Karte rausgekommen ist, hat das Deck richtig belebt. Weil jetzt hatte man zwei Welder-Effekte. Das war schon der Wahnsinn. Kurz davor war Khan the Great Creator rausgekommen. Das hat das Deck auch hart belebt, weil man auf einmal aus dem Sideboard Liquid Metal Coding, Grindstone, Caldra Complete. Manche Leute spielen dann auch den Khan-Log. Aber der ist super irrelevant. Den braucht man einfach nicht. Das ist so cool. Man kann so viele Karten aus dem Sideboard holen. Das alleine ist schon super stark. Das haben wir in manchen Recruiter, der das ganze Deck ein bisschen sammelt. Das ist eine eigene Engine. Und jetzt kommt's. Jetzt haben wir auch Ursas Saga, die allein in Beatdown-Plan sein kann, die alles kaputt hauen kann, wo man im Sideboard ganz viele Fun-Offs spielen kann. Auch im Mainboard kann man Fun-Off spielen. Wirklich, wirklich stark. Die halt Konstrukte macht, die man entweder wegweldern kann oder zum Zuschlagen benutzen kann. Und die dann noch eins unserer beiden Combo-Paces sucht, wodurch wir darunter gehen auf zwei. Weil wir können jetzt entweder aus dem Deck suchen, hiermit viermal, oder wir können sie damit dreimal aus dem Sideboard suchen. Wir kommen an den Grindstone ran. Und das ist so cool. Das ganze Deck macht so viel Spaß. Und wenn ihr die Chance habt, probiert das Deck aus. Es macht wirklich, wirklich Laune. Painter Servant ist nur teuer geworden. Dein Commander-Spieler. Ansonsten, ja, die Land-Base mal wieder. Ein bisschen die Land-Base. Und viele der Karten kosten halt so ein Zehner, ein Zehner, ein Zehner, ein Zehner. Kostet nix. Das ist mittlerweile auch uninsagbar teuer geworden. Kahn weiß ich gerade gar nicht. Kaldor kostet, glaube ich, sechs Euro. Da nochmal ein Zehner, da nochmal. Also es ist schon, es ist nicht günstig, das Deck. Aber es macht unendlich viel Spaß. Und für ein Legacy-Deck ist es immer noch affordable. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Deck und ich konnte euch ein bisschen vermitteln, wie das Deck funktioniert. Und, ja, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.